ja hallo und herzlich willkommen auf dem kanal von planet firework und einem neuen test video von mir heute teste ich für euch die spring after winter von pyrolands eine neuheit aus dem jahre 2017 ist ein batterie verbund ein richtig geiler allerdings bei dem es wirklich viel um blinker geht das design von dem karton finde ich mega schick den werde ich auch nicht wegschmeißen definitiv nicht das ist richtig geiles design und der name ist auf jeden fall hier programm also das haut definitiv in 50 sekunden brenndauer soll der verbund haben 64 schuss 1,5 kilogramm netto explosivmasse circa 30 millimeter kaliber und streighöhe 40 meter wir gehen einfach mal raus und hauen das teil mal an ich bin mega krass gespannt drauf viel spaß mit das spring after winter wünsche ich euch auch wenn du das ja so weiter Heftiges Teil alter Boah geht bis auf den Boden runter Der Hammer Leute alter Das ist ein Verbund Leute, absolute Kaufempfehlung Ich habe noch nie so einen geilen Blinkerverbund gesehen Das war die Spring after Winter Hammer Alter, auch die Zalega, die haben mal so geknippelt Richtig geiles Teil DER REFEREREREN FUN KNOWLED 10 11 15